Andreas, bleibst du? Ja, ich hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. So, jetzt sind wir aber so weit. Schön, haben wir jetzt ein Licht. Ja, herzlich willkommen zum Marktupdate Klar Schiff. Ich bin Andreas und mit dabei natürlich Philipp. Hallo. Wir haben keine Kosten, Mühen und Zeit gescheut und haben natürlich ganz, ganz hart an euren Fragen gearbeitet. Ihr habt uns ja wirklich wieder etliche Fragen. Das waren ja wirklich ganz, ganz viele das letzte Mal wieder. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren mehrere Dutzend, glaube ich. Also man könnte sie ja theoretisch, wenn man sie mal auf so einen Tisch legen würde, wäre ja Wahnsinn, wie viele das eigentlich sind. Ja, aber fast, dass es einen ganzen Schreibtisch bedecken würde. Könnte man fast annehmen, ja. Also auf jeden Fall sind sehr, sehr viele Fragen. Genau, wir haben ein paar davon rausgesucht, weil alle können wir tatsächlich Nürchen mit in das Format hier mit reinnehmen. Ansonsten müssten wir wieder eine Marathon-Sendung machen, die wir aber garantiert dieses Jahr nochmal machen werden. Ganz bestimmt. Aber gut, jetzt kommen wir zur aktuellen Sendung. Philipp Barsonetten hat wieder die Fragen in einer Reihenfolge gebracht, sodass ich diese auch gleich beantworten kann. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Legen wir los, genau. Kommen wir gleich zum aktuellen Impfthema. CureVac wurde zuletzt mal wieder angefragt. Genau, ist ja eigentlich ein Dauerthema. Ich habe vorhin auch gesehen aus einem Treffen daraus mit den Kollegen aus dem Brokerage, dass CureVac auch mit in den Beyond Tech unter den meistgehandelten Aktien tatsächlich, wie unser Kunden sich befindet. Und das sieht man ja hier auch im Kursverlauf, gerade in den letzten Tagen natürlich wieder Thema geworden, wo das Impfstoffthema stärker hervorgetreten ist. Und vor allen Dingen, was bei CureVac momentan ganz interessant ist, das einen leidt, das anderen freut. Kann man gar nicht anders sagen. Das heißt, wenn zum Beispiel AstraZeneca Probleme mit dem Impfstoff hat, dann wären natürlich alle die Kandidaten, die entweder schon einen Impfstoff haben, beziehungsweise dann einen in der Pipeline haben, profitieren davon, weil man natürlich dann davon ausgehen kann, dass dieser Impfstoff stärker dann in Benutzung ist. Bei CureVac eben ganz interessant und auch wichtig, die werden in den kommenden Wochen eben Daten für aus der Phase 3 bekannt geben. Da wird man sehen, wie wirksam ist der Impfstoff. Bisher die ersten Daten, die man gesehen hat, die waren vielversprechend, wird auch wesentlich anwendungsfreundlicher, nenne ich jetzt mal, sein. Also von daher sieht man schon, Investoren sind momentan in einer ganz klaren Hub 8 oder so gesandten Lauerstellung. Also da kann man gar nicht anders sagen. Hier muss man einfach erstmal abwarten. Also das heißt, derjenige, der drin ist, muss auf die Ergebnisse oder könnte dann auf die Ergebnisse warten. Der, der noch nicht drin ist, kann die Ergebnisse theoretisch abwarten. Ich denke, dass danach auch erst dann wirklich der richtige Swing reinkommt. So oder so, je nachdem, wenn die Daten natürlich schlecht sind, kann der Swing natürlich auch nach unten erfolgen. Wenn die Daten gut sind, dann können die Aktien durchaus wieder ansteigen. Ich finde die Aktien insgesamt interessant, weil das Thema mRNA nicht nur bei dem Impfstoffthema, also Covid-19 interessant ist, sondern zum Beispiel auch in der Krebstherapie und bei anderen Krankheiten durchaus anwendbar sein kann. Aber da muss man sehen, wie gesagt, ich finde CureVac momentan eher als Halteposition. Muss der Impfstoff von CureVac eigentlich auch auf minus 70 Grad gekühlt werden? Der ist, glaube ich, nur bei minus 30 oder 20. Also auf jeden Fall ist er in so einem Bereich, dass dieses extrem starke Herunterkühlen nicht notwendig ist. Man muss ihn zwar kühl halten, aber nicht in dieser starken Form. Ich schätze, das ist beim Impfen dann noch etwas angenehmer, bei minus 30 Grad anstatt minus 70. Zumindest gefielen dir die Ader nicht. Gut. Bleiben wir beim Thema kühles Getränk. Naja gut, das passt nicht ganz, aber ein PepsiCo. Vielleicht so, schmeckt gekühlt am besten? Ja. Oder? Eiskalt genießen. Eiskalt genießen. Genauso ähnlich dann sozusagen wie dem Wirkstoff von Biontech. Aber nicht minus 70 Grad, denn ist ja Pepsi. Biontech on the rocks. Sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht, was bei Pepsi dann passiert bei minus 70 Grad. Egal. Auf jeden Fall ist die Kohlensäure dann nicht mehr wahrnehmbar. Ja, Pepsi, ein amerikanisches Unternehmen. Klar stellt sozusagen die zuckerhaltige, koffeinhaltige Limonade her, die man kennt, großer Konkurrent zu Coca-Cola. Und ist halt auch ein klassischer natürlich Konsumartikelhersteller, lebt. Und das ist ganz interessant. Im Gegensatz zu Cola ist Pepsi hier noch wesentlich stärker gerade im Fastfood-Kettenbereich aufgestellt. Die haben unheimlich viele Beteiligungen an eben großen amerikanischen Fastfood-Ketten. Und das ist momentan auch eher so der Aspekt, bei dem ich denke, dass Pepsi da ein bisschen die Nase eher gegenüber Coca-Cola vorne hat. Vielleicht, oh, wir können wieder hier unsere Funktion reinmachen, und zwar die vergleichende Funktion. Wahnsinn eigentlich. Da nimmt man einfach, da drückt man auf die kleine Lupe, gibt dann sozusagen den Vergleichswert ein. Ja, genau, Coca. Aber Moment, ich muss noch richtig schreiben. Coca-Cola. Packen die mal rein. Und dann sieht man genau das, was ich gerade gesagt habe, dass eben hier eine ganz klare Out-Performance von Pepsi gegenüber Coca-Cola zu sehen ist, weil eben die Breite, die bessere Positionierung von Pepsi einfach vorhanden ist. Pepsi ist einer der sogenannten Dividenden-Aristokraten. Das bedeutet, dieses Unternehmen zahlt tatsächlich seit, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 48 Jahren durchgängig eine Dividende. Und erhöht die seit einiger Zeit permanent. Das heißt also, wer hier, gut, das wäre sozusagen, wenn ich geboren worden wäre und hätte seitdem eine Pepsi-Cola-Aktie gehabt, hätte ich sozusagen jetzt jedes Jahr eine Dividende erhalten und auch sogar teilweise eine steigende Dividende in den letzten Jahren. Und das zeigt auch wieder, wir haben ja das Thema so gesehen langfristige Anlage und das sieht man halt auch immer wieder, wie wichtig das sozusagen ist, bei guten, soliden Unternehmen sozusagen diesen langfristigen Anlage-Gesichtspunkt einfach auch mit zu beachten. Ich habe ja auch gerade mal den Langfrist-Chart reingemacht von Pepsi jetzt hier auf gut 30 Jahren. Da sieht man, die waren tatsächlich in dem Jahr, ja, also gut, das muss man jetzt sehen, weil natürlich dann noch ein paar Aktien-Splits waren, aber die haben sich seitdem über 1.300 Prozent zugelegt und das, weil das ja ein Kurs-Chart ist, ohne Dividende. Also die kommt noch on top, ist ganz nett, davon kann man sich schon garantiert selbst mit einer Aktie, denke ich mal, fast einen Tesla kaufen, was du ja gerne machen willst. Das ist eine schöne Überleitung. Wir kommen nämlich jetzt mal weg von koffeinhaltigen Browser-Erfrischungsgetränken hin zu den Herstellern von Motor Drosten, zunehmend jetzt auch elektrisch, nämlich in Daimler. Genau. Und Daimler war so ein bisschen für mich ein Überraschungskandidat, der so leicht im Windschatten, aber auch gleichzeitig eben Schatten, also ein Schattendasein von Volkswagen gefrönt hat. Volkswagen natürlich auch der Favorit eigentlich in unserer Sendung schon seit, ich glaube, solange wir das schon machen, seit über einem Jahr, haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wolfsburger einfach wesentlich klarer die Strategie kommuniziert haben, E-Mobility, Digitalisierung, ich will es nicht wieder alles wiederholen, braucht man sich eigentlich nur die ganzen letzten Sendungen ansehen, also hier haben wir ganz klar darauf hingewiesen und Daimler hat eben wirklich auch, gerade im letzten Jahr, in dem Covid-Jahr, wenn man es so will, ganz klar darauf gesetzt. Die haben sich eben auch, haben es erkannt, okay, man muss da wesentlich stärker in die Nische reingehen, dann ist man hier natürlich im Oberklasse-Bereich ein bisschen behiebiger unterwegs, aber man macht es eben, man hat eben wirklich jetzt die Strategie ausgerechnet, es gibt sogar die S-Klasse, also deren wirklich Flaggschiff-Modell, also mit der S-Klasse verdient Daimler tatsächlich das meiste Geld, weil die eben am stärksten nachgefragt wird, die will man halt auch eher in Richtung E-Mobility jetzt shiften und das ist natürlich, hat alle Investoren auch überzeugt, weil es eben eine klare Strategie ist und das zeigt es eben auch, wenn man in Aktienanlagen, also in Aktien investiert, immer darauf achten, dass die Unternehmensstrategie wirklich klar kommuniziert wird, weil das auch ein gutes Zeichen fürs Management ist, man weiß, was man tut und ist auch bereit, entsprechend diese Strategie umzusetzen und das sieht man bei allen erfolgreichen Unternehmen, ob es eben eine Amazon, eine Apple, eine Volkswagen jetzt ist, eine Tesla, die auch ganz klar Fokus eben auf Technologie hatten und nicht auf Spaltmaße oder was, also auf Qualität, sondern erstmal gesagt haben, wir bringen Technologie rein und gucken dann, dass wir sozusagen qualitativ ein anderes Level erreichen und das ist halt wichtig, weil so ein Unternehmen einfach genau ihre Produkte in den Markt bringen können und dann auch Abnehmer finden. Daimler, denke ich, ist noch, da ist tatsächlich noch Platz drin, also gerade, wenn man sich das mal langfristig ansieht, ist hier, ist sicherlich noch, können die Aktien noch einige Prozent nach oben liegen und vor allen Dingen, was ich interessant empfinde, selbst auf dem aktuellen Niveau, 4,3 Prozent Dividendenrendite, achtenhalber, KGV ist für einen Automobilwert überhaupt nicht teuer. Gucken wir uns dann den nächsten Wörter an, die Siemens. Genau. Siemens auch interessant, auch wieder dahingehend interessant, eben um eine andere Strategie oder einen anderen Aspekt bei der Wertpapieranlage zu betrachten und zwar, naja, im weitesten Sinne hat es schon damit zu tun, auch klare Strategie und Fokussierung. Also das geht auch nochmal so in diese Richtung, es gibt viele, also es gab eine Zeit, so 80er, 90er Jahre, da war das ungefähr, da war das halt so, dass viele Konzerne sich stark diversifiziert hatten, da ist ja auch eine Daimler und so weiter und auch viele japanische Konzerne, die waren wirklich überall, die haben Kühlschränke hergestellt, haben Smartphone, also damals ja Mobiltelefone hergestellt und haben eben Faxgeräte und eben, weiß ich nicht was, also Rüstungsindustrie, Autos, alles Mögliche, so. Das ist dann, hat dazu geführt, dass man als Investor nicht mehr die richtigen Überblick hatte, welches Produkt funktioniert eigentlich und wo verdient dieser Konzern denn Geld. Jetzt kommt eben eine klare Strategie und das ist eben bei Siemens wichtig, die haben eben für sich auch gesagt, wir haben eben unsere Kerngeschäftsfelder, die werden wir weiterhin zukünftig auch als Mischkonzern bedienen, das sind eben vier an der Zahl, aber alles, was sozusagen Randgeschäftsbereiche sind, die spalten wir ab. Dadurch sind eben zum Beispiel Siemens Healthineers an die Börse gegangen oder eben auch Siemens Energy, Siemens Gamesa, also alles Geschäftsbereiche, wo der große Konzern Siemens für sich gesagt hat, nein, wir legen unseren Schwerpunkt eben nicht mehr auf diese Bereiche, aber wir wollen trotzdem diese Bereiche weiterhin sozusagen abdecken, aber in einer separierten Gesellschaft und das ist sozusagen daraus entstanden, übrigens auch eine Infineon, damals eben auch aus Siemens heraus abgespalten worden und da sieht man, dass das halt sowohl für Siemens als auch für Infineon gut getan hat, weil eben sowohl die Tochter, die daraus entsteht, sich wesentlich stärker auf ihren Bereich konzentrieren kann, nicht mehr in diesen Konzernstrukturen verwoben ist, sondern wirklich freier dann auch agieren kann, als auch sozusagen für die Muttergesellschaft besser, weil die halt, wie gesagt, nur noch weniger Küken unter ihren Federn hat und da eben ganz klar eben gucken kann, wo welche Geschäftsbereiche laufen und welche nicht. Und das hat sich bei Siemens tatsächlich ausgezahlt, lange Zeit ein Kritikpunkt von vielen großen Investoren gewesen, aber jetzt kam eben auch so ein bisschen der Befreiungsschlag und man sieht eben, trägt eben Früchte. Wir hatten ja Siemens hier auch an dieser Stelle schon sehr, sehr oft auch gehabt, haben auch immer wieder genau darauf hingewiesen, deswegen, sage ich mal, die Kursgewinne, die man gerade in den letzten Wochen gesehen hat, jetzt nicht weiter verwunderlich. Ich denke aber, dass wir hier tatsächlich schon relativ stark auch an der Decke, also relativ stark an der Kursdecke sind. 21er KGV für einen Industriekonzern ist nicht günstig, das muss man ganz klar sagen. Und von daher, ich sage mal so, ich würde die vielleicht eher als Halten einstufen und hier nicht noch unbedingt hinterher rennen, aber wenn die mal wieder so zurückkommen, ist das halt ein langfristiges Investment. Ich habe ja auch mal, ich kann ja mal hier auf Xetra den Langfrist-Chart reinpacken, dann sieht man das auch sehr gut, ähnlich wie bei einer Pepsi. Man macht mit solchen Unternehmen nicht wirklich viel verkehrt, wenn man langfristig denkt. Also auch für mich ein klassisches Unternehmen, die kann man eben zum Beispiel für Enkelkinder oder eigene Kinder eben zurück, also kauft man, legt die zurück und man ist sozusagen im deutschen Markt gut vertreten, macht langfristig nicht viel verkehrt. Klar muss man auch hier bei, öfters mal wie bei Siemens, öfters mal ein paar Kursrücksätze aushalten, aber langfristig ist trotzdem eine Trendaufwärtsgerichte. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Hochkurs, was ich 2000 eingestiegen wäre und das will schon was heißen, also da waren wir ja mitten in der Dotcom-Blase, der wurde jetzt schon wieder im Gewinn liegen und vor allen Dingen, was auch hier nicht gezeigt wird, man hat ja Dividenden erhalten und man hat halt auch diese ganzen anderen, die Abspaltung und so weiter, das hat man ja alles im Endeffekt mitmachen können und das ist hier alles in dem Chart dahingehend nicht dargelegt. Also von daher wurde man mit den Dividendenzahlungen auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne liegen. Also Siemens für mich momentan eher hoch bewertet, ich würde wie gesagt Rücksätze abwarten, langfristig macht man aber mit der Aktie nichts verkehrt. Gut, gehen wir nach Russland, Gazprom. Genau, bei Gazprom ganz klar das Thema Nord Stream 2, das bleibt auch erstmal so, hatten wir an dieser Stelle auch schon öfters mal drüber gesprochen und hier muss man eben auch ganz klar sehen, das ist momentan ganz klar, das ist Zünglein in der Waage. Wir haben mal positive Nachrichten eben von dem Aufsichtsrat der Gazprom gehört, dass im Nord Stream 2 fertiggestellt werden soll dieses Jahr, daraufhin hat der Markt reagiert, das sieht man gerade hier im kursfristigen Verlauf, sind sie eben angestiegen und immer wenn sozusagen die politische Komponente da reinkommt, dass eben irgendjemand sagt, nee, also von der amerikanischen Seite zum Beispiel, er Druck kommt, dann verlieren die Aktien, kommt dann aber wieder ein paar wohlwollende Worte, dann steigen die wieder an. Hier ist halt ganz klar Nord Stream 2, das übergeordnete Thema. Ich denke aber, langfristig auch macht man nichts verkehrt. Die haben eine Dividendenrendite jetzt hier von 11,8% und 4,5% KGV, man muss halt die politische Komponente immer betrachten, hat natürlich auch das Währungsrisiko, war eben in US-Dollar notiert, aber eigentlich, jetzt kommt es, in Russland, in Rubel, werden in London sozusagen umgerechnet in US-Dollar und dann von US-Dollar in Euro, das heißt, man hat eigentlich zwei Währungsrisiken, russischer Rubel zu US-Dollar, US-Dollar zu Euro und das muss man halt auch betrachten, wenn man die Aktien natürlich kauft, also das heißt, die beiden Risiken, politisches Risiko plus eben die doppelten Währungsrisiken, aber trotzdem, denke ich, drückt das eben sich derzeit auch im KGV aus und wer eben im Rohstoffbereich, im fossilen Brennstoffbereich eben unterwegs sein will, der ist, denke ich mal, mit einer Gasform gar nicht mehr so verkehrt positioniert. Gut, dann kommen wir zu einem, ja, eigentlich kann man schon fast sagen, Dauergast in unserem Marktupdate, der Palantir, die immer wieder nachgefragt wird. Genau, Palantir haben wir tatsächlich sehr, sehr oft schon besprochen, auch vor allen Dingen, auch können wir uns wieder auf die Schulter klopfen, sehr früh nach dem Börsen, nach dem Altbio, nach dem Börsengang, haben wir auch schon gesagt, dass es ein interessantes Unternehmen ist, ist es auch, aber aktuell eben auch sehr hoch bewertet. Also wir haben ja hier bei Kursen von, ich weiß nicht, guck mal rein, was waren das, ich glaube so 10, 11 US-Dollar, da hat man mit Sicherheit nicht allzu viel verkehrt gemacht, dann sind die Aktien auf über 40 Dollar angestiegen und kamen jetzt wieder zurück, sind jetzt ungefähr bei 22 US-Dollar. Ich denke, hier muss man einfach erst mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, weil einfach die Erwartungshaltung zu hoch ist. Die Spitze, die wir hier gesehen haben, die Kursspitze, so um 40 US-Dollar, Ende Januar, Mitte Februar hinein, kam eben durch die Wallstreetbets-Hysterie rund um GameStop und eben auch Palantir, die sind mitgezogen worden in dem gleichen Kontext. Jetzt sehen wir sozusagen eher eine Abkühlung, so ein bisschen die Situation vor diesem Hype, aber trotzdem denke ich, dass wir hier noch durchaus erstmal Konsolidierung sehen werden. Ich finde das Unternehmen langfristig durchaus interessant, denke aber, und hier kommen wir wieder zu dem Thema Markttiming oder Time in the Market, hier würde ich gerade Walzentechnologieunternehmen eher tendenziell wirklich noch ein bisschen warten. Ich glaube, die könnten tatsächlich nochmal rückläufig so in Richtung 15, 17 US-Dollar gehen, weil eben doch das KGV sehr ambitioniert ist, 161 ist nicht unbedingt günstig. Also gibt es eben zwei Möglichkeiten, entweder es kommen mehr Aufträge rein, dann wäre es eben gut, dann würde man das aber auch wahrnehmen und kann dann immer noch einsteigen oder die Situation bleibt, wie sie ist. Das heißt, das Unternehmen wird zwar Geld verdienen, aber muss eben dann der Kurs noch ein Stück weit zurückkommen und dann kann man ja immer noch einsteigen, aber ich würde auf dem Niveau jetzt, denke ich mal, erstmal noch abwarten. Ich sehe momentan keinen wirklich großen Anreiz mehr zu sagen, okay, das ändert sich schlagartig, weil auch der Konkurrenzdruck im Bereich der Datenanalyse sehr, sehr groß ist. Wir haben ja auch viele andere Unternehmen, die wir öfters besprechen, ob es ein Alterix ist oder eben auch andere US-Konkurrenten, die in dem gleichen Segment tätig sind. Man merkt einfach, das ist eine riesengroße Konkurrenzdichte und da muss sich einfach der Stärkste behaupten und deswegen, da würde ich Palantir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Die kommen wieder, bin ich mir relativ sicher, aber ich, momentan, wie gesagt, schmeckt mir der Wurm nicht, wenn ich ein Fisch wäre. Fisch, wie komme ich denn jetzt von Fisch auf die Tarte Lifestyle? Fisch-Tartar. Ja, siehst du, dann haben wir es doch. Ja, Tarte Lifestyle, auch etwas nachgefragt, für mich irgendwie ein Phänomen. Ich weiß nicht, diese Aktie finde ich dahingehend spannend. Wenn man immer ein bisschen Recherchearbeit macht und sich mal mit den Unternehmen unter beschäftigen will, findet man meist nur Werbung für die Aktien. Ich habe bisher keine Daten zum Umsatz, zum Gewinn oder dergleichen in irgendeiner Form bekommen. Man findet immer nur, wie toll das Unternehmen ist. Also auch hier selbst, wenn wir hier unsere News-Seite immer nur irgendwelche Probepackungen, 5000 Stück, die irgendwie verschickt worden sind und so weiter. Also es geht nicht direkt um die Unternehmenszahlen. Das finde ich momentan, da bin ich immer vorsichtig. Wenn also Unternehmen eher für in der Finanzkommunikation eher über ihre Produkte sprechen und weniger über ihre unternehmerischen Erfolge, da bin ich immer eher auf der vorsichtigen Seite, weil das ist ja nicht Finanzkommunikation, sondern das ist klassische Werbung und da muss man differenzieren. Das Zweite sind die Aktien in der Canadian Security Exchange gelistet. Da bin ich auch nicht so ein großer Freund von. Also es gibt die Venture Capital, dann gibt es die Canadian Security und die National Security. Das sind alles Börsensegmente, die nicht so stark reguliert sind. Wenn würde ich eher in den Bereich Toronto Stock, also TSX gehen, das ist die höchst regulierte in Kanada, wenn man in kanadischen Unternehmen investieren will. Und wie gesagt, Tat, Lifestyle, sehr häufig hier bei uns angefragt. Das weiß ich wahrscheinlich auch eben genau deswegen, weil diese Aktien sehr, sehr stark in Form von irgendwelchen Nachrichten beworben wären. Anders kann man es nicht formulieren. Ich würde da weiterhin vorsichtig sein. Also mich würde es nicht wundern, wenn die tatsächlich noch auf 3 Dollar zurückfallen, wobei es auch keine Kursbognose ist, einfach nur mal eine Warnung. Und wer da drin ist, sollte sich viel mehr mit den Unternehmenszahlen beschäftigen, als ob die irgendwie mit der Tatsache, dass die irgendwie 5000 Probepackungen an Forderungen an irgendjemand geschickt haben oder bedient haben. Weil man darf halt auch nicht vergessen, wir hatten ja ähnliche andere Unternehmen auch schon mal, 5000 Verpackungseinheiten. Zum einen, niemand weiß, was verdient das Unternehmen da draußen. Und das zweite, das ist nicht viel. Das hört sich viel an. Aber 5000 Packungen gehen wahrscheinlich bei einem Supermarkt um die Ecke, in irgendeiner Zigarettenmarke am Tag rum. Und deswegen muss man das immer so ein bisschen auch in Relation betrachten. Also ich würde hier sehr, sehr vorsichtig sein. Solche Unternehmen davon haben wir sehr, sehr viel anfragen. Würde ich hier, wie gesagt, also ich finde keine Kaufargumente oder in irgendeiner Form Bewertungsargumente für die Unternehmung. Okay, jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte dieses Zettels angekommen. Ich würde sagen, es wird Zeit für die Werbung. Werbung. Die neue Comdirect Marktupdate App. Mit Andreas immer 24 Stunden top informiert sein. Andreas, wie steht der DAX heute? Der DAX steht bei 14.588 Punkten. Die neue Comdirect Marktupdate App. Jetzt neu im Comdirect Web App Store. Und zurück aus der Werbung geht's weiter. Ja, mit P und G. Und dahinter steckt vermutlich Procter & Gamble. Genau, Procter & Gamble, bekannt durch die Marken zum Beispiel Pampers, Ariel oder eben auch Braun. Ja, Pampers und Braun sind sehr unglücklich. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das sehe ich auch nicht, aber das sehen wir gerade ein. Nein, egal. Gut, auf jeden Fall genau. Klassischer, auch wieder Konsumartikelhersteller. Halt natürlich ganz stark geprägt dadurch, dass man eben Marken aufbaut, Markenpflege betreibt und eben davon dann profitiert. Hat sich in der Vergangenheit auch bezahlt gemacht. Das ist so gesehen, auch wenn man so will. Wir hatten vorhin Pepsi, ähnlich auch in einer Dividendenaristokrat. Also hier schon sehr, sehr lange auch mit Dividendenzahlungen unterwegs. Auch hier in den Langfristchart sieht man sehr schön, dass es sich eben durchaus lohnt, in solchen Aktien investiert zu bleiben. Ja, wer also hier in den 90er Jahren bei irgendwie umgerechnet, was uns das, 10 Euro eingestiegen wäre, der hätte jetzt eine Verdreizehnfachung, also 1300 Prozent plus Dividende, ganz wichtig. Und also von daher auch ein klassischer Vertreter, eben ähnlich natürlich auch wie eine deutsche Henkel. Das sind alles Unternehmen, die eben aufgrund ihrer starken Marktpositionierung einfach ein gutes Standing haben und eigentlich als Langfristinvestment zu sehen sind. Und so sind Procter & Gamble auch. Ich finde sie momentan für den Konsumartikelhersteller ambitioniert bewertet. Was aber nicht heißen soll, dass man die jetzt unbedingt verkaufen soll. Was eher bedeutet, wenn man sie hart halten. 2,4 Prozent Dividendenrendite ist ordentlich und ist okay. Das KGV relativiert sich natürlich auch immer von Jahr zu Jahr, wenn eben die Gewinne weiter anwachsen. Was man eben bei den Marken auch annehmen kann. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt da hinterher springen. Das ist eher so ein Unternehmen, wo ich so denken würde, okay, wenn ich kurzfristige Anlageorientierung habe und mir die Aktien auf die Agenda gelegt habe, dann würde ich vielleicht beim Kursrücksetzer mal reinschauen. Würde ich dir sozusagen als Watchlist-Kandidat nehmen. Wenn ich aber langfristig orientiert bin und sage, ja, ich möchte in den amerikanischen Markt investiert sein, möchte einen Einzelwert reinnehmen, dann ist man mit einer Procter & Gamble sicherlich ganz gut aufgehoben. Und da aber Perspektive natürlich auch wieder 5 bis 10 Jahren einfach wirklich langfristig denken. Man sieht halt auch natürlich, wie jede Aktienanlage hat man Risiken. Also auch die Kurse von Procter & Gamble sind mal rückläufig gewesen, haben auch ordentlich teilweise abgegeben. Wenn man sich alleine hier im Jahr 2000 ansieht von 60 Dollar runter bis auf 30, also halbiert. Aber danach trotzdem eben durchgezogen und im positiven Bereich. Und das zeigt eben auch nochmal die Kraft und die Wirkung von langfristigen Anlagehorizonten. Und da ist man bei so einem Unternehmen gut aufgehoben. Das heißt, kurzes Fazit, kurzfristige Anlage eher noch beobachten, mittellangfristig durchaus haltenswert. Beziehungsweise dann, wenn man langfristig denkt, kann man die tatsächlich auch kaufen. Nächster Wert, der taucht auch immer mal wieder in diesem Marktupdate auf. Wahrscheinlich auch zu Recht, die Zalando. Genau, Zalando finde ich auch interessant dahingehend, weil es eben ein Unternehmen ist, was auch nochmal so eine kleine Kehrtwende in der Unternehmenspolitik vollzogen hat. Erst ganz klar fokussiert auf den Verkauf von, wie soll man sagen, ja, First-Hand-Produkten. Also eigene Waren sozusagen in den Warenbestand aufgenommen und dann über die Online-Plattform Zalando eben verkauft. Die kamen ja eigentlich originär mal aus dem reinen Schuhverkauf, haben sich dann immer weiter aufgestellt, Textilien und so weiter. Und haben jetzt aber, das ist ganz wichtig, den Wandel vollzogen, dass man hin zu einer Plattform gegangen ist. Das heißt, man hat eben zukünftig die Möglichkeit, selber Läden da aufzumachen, Second-Hand-Textilien werden mit aufgenommen. Das war auch immer wieder ein ganz, ganz großer Kritikpunkt in den letzten Jahren, dass man eben diese hohe Rückläuferquote hatte, die ja dann tatsächlich schwer verwertet wurde, weil Zalando nie genau sich da ankündigt oder kommuniziert hatte, was man eigentlich mit diesen ganzen Rückläufern macht. Jetzt hat man eben diese großen Stores und eben auch diese Zweitverwertung, sozusagen Second-Hand-Labels oder Second-Hand-Verkaufsmöglichkeiten. Und das hat einfach auch nochmal natürlich einen ganz neuen Horizont eröffnet. Langfristig interessant, kann man ganz klar sagen, ist natürlich ein unheimlicher Profiteur durch den Paradigmenwechsel, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, weg von dem analogen Handel, wirklich rein in die digitale Welt, in den Online-Handel. Davon profitieren natürlich Unternehmen wie Zalando ganz, ganz klar und ganz, ganz klassisch. Und ich denke, dass dieser Trend ist auch nicht aufzuhalten. Hier rechne ich aber erstmal damit, dass man erstmal seitwärts laufen wird, weil man eben doch diesen starken Kursgewinn hier alleine jetzt im Tief von ungefähr 30 Euro bis auf zuletzt über 105 Euro, der muss verdaut werden, das ist ganz normal. Das heißt, Investoren warten jetzt darauf, dass die Annahme, die man eben in die Aktien hatte, durch die Unternehmenszahl belegt werden. Dadurch, dass viele Investoren sechs bis neun Monate sichtweise haben, kann man also sagen, dass jetzt vielleicht nochmal so die nächsten drei Monate eher so eine Seitwärtskonsolidierung sein wird. Und wenn dann die Erwartung sozusagen bestätigt wird, dass man dann davon ausgehen kann, die Bestätigung ist da. Investoren gucken dann nach vorne und fangen dann an, halt die Aktien, wenn die Erwartungen erfüllt werden, wieder zu kaufen. Bis dahin wird man erstmal sehen, ob man sozusagen quasi richtig liegt oder nicht. Und so ist vielleicht auch mal ganz interessant, wie denken institutionelle Investoren, die kaufen, also die haben ja auch nur, man hat ja sozusagen nur begrenzte Liquidität. Also so ein Fondsmanager, ein institutioneller Investoren, Vermögensverwalter, der hat halt eine bestimmte Summe, ein Portfolio und davon kann er einen bestimmten Anteil nur in einem Unternehmen anlegen. Das bedeutet, wenn er seine Quote dann erfüllt hat, also seine Position aufgebaut hat, dann kauft er nicht unendlich nach, sondern je nachdem, wie sich das Gesamtportfolio entwickelt, wie viel Liquidität neu hinzufließt, kann er natürlich dann auch die Bestände ausbauen. Und deswegen ist ganz wichtig, wie ist die Denke von so einem Investor. Der guckt natürlich genau darauf, er hat eine Erwartungshaltung, wenn die erfüllt wird, dann kann es sein, dass eine sogenannte Neuallokation stattfindet. Das heißt also, er guckt sich die Positionsgrößen an, die er in seinem Portfolio hat, zum Beispiel exemplarisch von der Zalando, wenn er seine Annahmen bestätigt findet und vielleicht von einem anderen Unternehmen nicht, dann gibt es so eine Neuallokation. Das heißt, das andere Unternehmen wird eher reduziert und so ein Unternehmen zum Beispiel würde dann aufgestockt werden und so kommen sozusagen auch Analysten dann meist mit ihren Ratings raus. Also nur mal so für denjenigen, der sich dafür interessiert, was passiert da eigentlich, wenn ein Upgrade kommt, ein Downgrade, wenn sogenannte Reduce-Ratings rausgegeben werden. Das steckt sozusagen genau dahinter, dass man immer gucken muss, was für eine Erwartungshaltung hat man, wurde die erfüllt und was für Konsequenzen folgen da draus. Also von daher jetzt in diesem Fall wäre das sozusagen eine klassische Hold-Position. Also Investoren warten jetzt erstmal, würden vielleicht Perspective Buy, also gucken perspektivisch, dass man die dann eventuell kauft, aber erst dann, wenn die Bestätigung kommt. Sehr schön. Lufthansa. Ja, bei Lufthansa sieht es, glaube ich, erstmal so aus, dass wir hier auch erstmal seitwärts laufen werden. Das heißt, hier sehe ich auch erstmal wenig Argumente dafür, dass wir hier wirklich weiter diesen Kursanstieg sehen, den wir zuletzt auch hier beobachten konnten. Dazu ist einfach das Umfeld noch nicht da. Selbst wenn die einen oder anderen jetzt schon nach Mallorca fliegen können, ist einfach das alte Geschäftsmodell, worauf man aufgebaut hat, das ist halt noch nicht da. Man ist halt in Masse reingegangen. Also man hat halt früher, waren die Fluglinien halt so aufgebaut, dass man eben Fluglinien oder Verbindungen hatte, Flugverbindungen hatte, wo man sehr, sehr hohe Margen hatte. Das waren meist die Interkontinentalflüge, das heißt Richtung Europa, Amerika oder Europa, Asien. Oder eben auch Amerika, Asien, also alle die Kontinente miteinander verbunden hatten. Da war halt richtig, richtig auch Marge dran. Damals hat man vielleicht auch für einen Flug von Deutschland in Amerika durchaus mal 1000, 1500 Mark noch bezahlt. Das ist ja heute alles undenkbar, weil, und das ist ganz wichtig, das ist ein Massengeschäft geworden. Das heißt, durch die Billigfluglinien, Ryanair, EasyJet und so weiter, ist natürlich das Geschäft, sind die Margen runtergegangen, gerade was Interkontinentalflüge angeht. Hier ist es ja teilweise so, dass man für den Flug weniger bezahlt, als für ein Taxi von der Wohnung zum Flughafen. Und das führt natürlich dazu, du musst dann halt sehr, sehr viele Passagiere einfach durchschicken, um eben sozusagen so einen Flieger vollzukriegen und mit diesem vollen Flieger dann auch immer wieder hin und zurück. Also teilweise ist es ja tatsächlich so, dass diese Maschinen ja noch nicht mal mehr die Motoren ausgemacht haben. Der Flieger kommt an, der eine oder andere hat es schon mal beobachtet, steht tatsächlich an dem Gate, die Leute steigen aus, dann wird der schnell durchgewienert, also von so einer Putzkolonne. Dann kommen die nächsten rein, die machen natürlich Motor aus und zack, die Maschine fliegt schon wieder zurück. Also die ist ständig sozusagen in Bewegung. Und so haben die Fluggesellschaften ihr Geld verdient. Dadurch, dass das jetzt durch die Corona-Krise nicht geht, müssen diese Geschäftsmodelle neu umgekrempelt werden. Gibt es nur zwei Wege, Preise erhöhen. Dann ist die Frage, nimmt die Kundschaft das an und vor allen Dingen, wie lange ist das möglich? Also sprich, kommen dann nicht doch wieder die Billiggesellschaften, wenn sie dann wieder können und drücken sozusagen vorzeitig genau auf diese Möglichkeit rauf. Die zweite Möglichkeit ist dann natürlich wieder mehr zu fliegen, mehr Leute reinzukriegen. Aber das geht ja momentan nicht, weil ja eben die Restriktionen da sind. Und deswegen kann man sich halt schon selber jetzt auch schon ausmalen, wie lange es dann noch dauert, eh solche Fluggesellschaften tatsächlich nachhaltig wieder in die alte Situation zurückkommen. Und deswegen bin ich bei den Fluglinien, Fluggesellschaften generell sehr vorsichtig, auch wenn man natürlich so eine Hoffnungsrallye öfters mal sieht, das ist nicht unüblich. Das hat aber eher damit zu tun, dass viele ihre Short-Positionen, die sie halt irgendwann mal eingegangen sind, wieder zurückkaufen. Dann steigen Aktien eben auch mal. Aber ich sehe hier momentan noch keinen Grund wirklich dafür, dass wir jetzt zum Beispiel in Richtung 15 Euro ansteigen, also wieder auf das Vorkrisenniveau zurück, weil einfach die Situation, die fundamentale Lage oder die Situation insgesamt ist dafür nicht gegeben. Deswegen würde ich bei den Aktien momentan, würde ich hier einfach nicht kaufen. Gut. Beim nächsten Aktienwert, da ist glaube ich neulich der Start, also die Bundesrepublik Deutschland als Großaktionär eingestiegen, Hensoldt. Genau, Hensoldt, jemals von Airbus, die Radarsparte, ist von einem amerikanischen Investor damals gekauft worden, KKR hatte sich da, hatte die damals, sie wurde noch mal die da ungenannten Hensoldt AG. Die sind halt im Rüstungsgeschäft tätig. Und dadurch, dass es eben ein sehr sensibler Bereich ist, wo natürlich der Staat insgesamt und gerade natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland unbedingt ein Auge drauf haben will, weil es eben Innovation im Militär im Rüstungsbereich ist, der natürlich hochsensibel ist, hat sich der Staat tatsächlich, also die Option vor dem Börsengang wahrgenommen, hat halt gesagt, ja, wir kaufen uns eben ein und zwar mit einer Sperrminorität. Das bedeutet, ich muss mal gucken, ob ich es mir aufgeschrieben hatte, genau 25,1 Prozent haben sie tatsächlich gekauft. Das heißt, dieses 0,1 Prozent sorgt eben dafür, dass man bestimmte Beschlüsse, die eben wichtig sind, also die zum Beispiel grundlegende operative Geschäfteänderung oder irgendwelche Einflüsse eben, wo man eben eine Dreiviertelmehrheit braucht, die können eben dann dadurch blockiert werden, was ja auch richtig ist. Und deswegen hat der Staat sozusagen seine Option gezogen und hat oder wird dann jetzt eben Hensoldt Aktien durch dieses Rechtsgeschäft dann eben kaufen und hat dann danach diese Sperrminorität. Ich finde das Unternehmen insgesamt auch gar nicht so uninteressant. Erst bin ich davon ausgegangen, als wir, glaube ich, die Aktien kurz nach dem IPO mal besprochen haben, oder zum IPO hatten wir die, glaube ich, auch schon mal als Anfrage, wenn ich mich recht entsinne. Da war ich ein bisschen skeptisch, das war auch so gerade am Ende des Corona-Jahres, hier so im Oktober meines Erachtens, September, Oktober. Da war nicht ganz klar, ob wirklich auch der ganze Währungshaushalt in dieser Form, also der Rüstungswehrhaushalt, nicht Währungswehrhaushalt, also der Bundeswehrhaushalt sozusagen. Wehretat, glaube ich. Wehretat, danke sehr, genau. Ob der halt in dieser Form noch so einen Bestand haben wird, ob man den ausweiten wird. Währungs, ja. Währungshaushalt auch nicht schlecht, den kann man auch immer ausweiten. Nee, der Wehretat natürlich, genau. Ob der eben ausgeweitet wird, das hat man eben im Endeffekt auch positiv beschlossen, dass eben jetzt hier also auch mehr nachgerüstet werden soll. Und da kommen natürlich auch gerade in der EU dann eben Unternehmen wie in der Hensoldt in Betracht. Da werden dann eben zum Beispiel aus Frankreich oder eben anderen europäischen Staaten eben entsprechend die Aufträge verteilt. Und Hensoldt hatte da auch sehr, sehr viele in letzter Zeit bekommen. Also das heißt, ich denke, dass der Konzern ganz gut positioniert ist. Die Bewertung momentan finde ich für einen Rüstungskonzern 11,2 kgf nicht teuer. Das bedeutet ja, dass das Wachstum, wenn es sozusagen in den nächsten 11 Jahren auf dieser Position bleibt, hätte man mit dem Engagement, wenn man es jetzt eingeht, sozusagen sein Investment allein durch das operative Geschäft wieder eingenommen, also wieder zurückbekommen. Und das ist halt ganz wichtig, um mal zu verstehen, dass dann sozusagen die Aktien, wenn man die jetzt kauft in 11 Jahren, sozusagen allein durch das operative Geschäft, was bis dahin entstanden ist, dann gedeckt ist. Also dann hat man sozusagen sein Investment allein durch die operativen Tätigkeiten wieder zurückbekommen, ohne Dividende. Und das steckt sozusagen hinter den KGV. Und das ist halt ganz interessant, weil man nämlich davon ja immer ausgehen kann, dass ja sozusagen jedes Jahr natürlich eine Neubewertung stattfindet. Das heißt, es ist wie so eine Art Indikation, Schlüsselindikation dafür, wie die Haltedauer des aktuellen Investments ist, damit man seinen Einsatz wieder zurück hat. Und wie gesagt, 11 für einen Rüstungskonzern, für ein relativ solides Geschäft. Das hört sich ja zwar ein bisschen makaber an, aber es ist ja nun mal so, ist nicht teuer und von daher denke ich, kann man die Aktien tatsächlich perspektivisch gerade so auf diese Sichtweise fünf bis zehn Jahre durchaus ins Depot legen. Man hat ja eine gute, also eine nette Dividendenrendite, 1,75 Prozent ist zumindest momentan so auf Inflationsniveau. Ich denke, die werden auch noch angehoben werden. Und wie gesagt, ein 11er KGV für einen Rüstungskonzern ist nicht teuer. Also von daher, ich finde die Aktien auf dem aktuellen Niveau durchaus interessant. So, dann kommen wir zu, ja bei dem Unternehmen weiß ich gar nicht, ist es ein Unternehmen oder sind es zwei? Nano One Materials oder Technologies? Und oder? Keine Ahnung. Ich würde sagen und oder. Nano One Materials heißt die Gesellschaft, die da Nano One Technologies vertreibt. Ähnliches Unternehmen, so ein bisschen würde ich in die gleiche Kategorie packen wie die Tart Lifestyle. Die beschäftigen sich mit Lithium-Ionen-Kathoden, also auch in dem Bereich der E-Mobility-Batterieherstellung. Und sind an der Venture Exchange, also ein kanadisches Unternehmen gelistet, haben momentan natürlich profitieren von diesem Boom in dem Sektor. Und da fehlen mir also auch eher so die Zahlen zum Unternehmen, also Umsätze, Gewinne und so alles fehlt am Platz. Man bekommt da wirklich fast keine Informationen. Also ich habe keine gefunden. Man bekommt halt nur Jubelnachrichten darüber, was man wieder für neue Verträge abgeschlossen hat. Aber es wird nie wirklich was Handfestes mal auch dahingehend publiziert. Und das ist immer für mich so ein auf ein Gefahrenzeichen, wo ich von ausgehe, wenn ich in diesem Sektor unterwegs bin, dann würde ich wirklich auf Unternehmen setzen, die tatsächlich halt auch wirklich Zahlen vorlegen. Weil das ist das, was ich als Investor haben will. Natürlich ist Fantasie und Zukunftsperspektiven schon wichtig, aber ich muss die ja bewerten können. Also das heißt, wenn ich keine Zahlen habe, kann ich nichts bewerten. Dann hilft es nicht, wenn jemand sagt, okay, wir haben da eine tolle Technologie. Die Frage ist, wird die angenommen? Mit welchen Partnern hat man die Verträge geschlossen? Und ganz wichtig, was wird daraus auch wirklich monetär umgesetzt und kann umgesetzt werden? Und eins darf man nicht vergessen. Wir haben auch gerade in dem Zusammenhang mit zum Beispiel Volkswagen, und wir haben ja auch schon öfters über E-Mobilität gesprochen, ist dieses Batteriethema, ist nicht einfach nur so ein Thema von wegen, ich setze mich mal in irgendein Kellerloch zusammen und baue da selbst eine Batterie zusammen. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Da ist man im Bereich der Gewährhaftung drin, da ist man im Bereich von Produktionsprozessen drin und zwar mit richtig großen Automobilkonzernen. Und die wollen dann nicht zehn Batterien einhalten, sondern bei denen geht es wirklich um 10.000 von Batterieeinheiten. Das heißt, da müssen wirklich Produktionsamtsläufe sichergestellt sein. Also alles, was da mit hinten dran hängt, ist halt so, dass eben gerade auch große Konzerne sich dreimal überlegen, mit wem sie dieses Geschäft machen. Und deswegen ist ja auch dieser Fokus immer, den auch viele gar nicht, glaube ich, so richtig auf dem Radar haben, was für eine Überleitung zu Hensholt oder Rückleitung, ist halt wirklich so, da können nur die großen Player mitmachen. Also da sind wir wieder im Bereich von der Samsung SDI, von der Vata und wie die alle heißen, der QuantumScape, die durch große Kooperationen wie zum Beispiel mit Volkswagen eben in diesem Sektor einfach schon so gut aufgestellt sind, dass eben auch einfach die Aufmerksamkeit von den großen Konzernen da ist und vor allen Dingen auch die Denke. Also ein kleines Unternehmen, das ist ja oftmals gerade auch bei Startups und bei jungen Unternehmen so, dass die gar nicht nachvollziehen können, wie schwierig das eben ist, mit großen Unternehmen eben Geschäft zu machen. Weil das heißt, wie gesagt, nicht, ich stelle dir mal eine Palette dahin und da stehen eben tausend Batterien drauf, sondern das Ganze muss eben, wie gesagt, das muss eben just in time, also wie wird das eben rangekarrt, also es gewährleistet, dass auch tatsächlich dann eben tausend Batterien angeliefert werden, nicht nur 990, huch, wir haben zehn Stück nicht herstellen können. Das sind alles Sachen, die spielen ja wirklich eine Rolle und deswegen bin ich bei diesen kleinen Unternehmen immer eher vorsichtig, weil genau daran hapert es. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die haben bestimmt eine irre interessante Technologie, aber die großen Hersteller sagen eben, ja, alles gut und schön, aber wir brauchen eben Beständigkeit, wir brauchen eben die Technologie, mit der wir eben auch wissen, dass das eben auch in fünf oder in zehn Jahren noch eben vorhanden ist und deswegen arbeiten die dann eben meistens auch mit größeren Partnern zusammen. Das gleiche Thema haben wir übrigens auch im Wasserstoffsektor sehr, sehr häufig gehabt. Gibt es ganz viele tolle Unternehmen, die irgendwelche Ideen haben, aber trotzdem werden die Großen das Geschäft machen. Also eine Plug Power, eine ITM, also alle die, die wirklich einen Namen haben, die große Kooperationen haben, die sind eben vorne mit dabei und alle anderen oder eine Ballad Power und alle anderen fallen nicht erstmal hinten runter, weil eben die Unternehmen sagen, ja, es ist gut und schön, weil wir wissen halt nicht, ob du in fünf Jahren noch existent bist und deswegen können wir mit dir jetzt keine Verträge machen, so ähnlich sieht es auch bei der Nano One Materials. Wer dabei ist, soll dabei bleiben, soll aber auch im Endeffekt dann sehen, dass man da ein Risiko trägt, ganz klares. Und zwar dieses Skalierungsrisiko, Idee ist gut, aber ob die Skalierung wirklich umsetzbar ist, bleibt ein ganz großes Fragezeichen hinterzusetzen. Auf jeden Fall mit Stop-Loss agieren, ganz wichtig, also hier ist nichts mit hoffen, das ist an dieser Stelle ganz falsch. Dazu habe ich schon viel zu viele Unternehmen aus ganz, ganz vielen Sektoren gesehen, die einfach vollends gegen die Wand gefahren sind, die gibt es teilweise nicht mehr, da haben Anleger wirklich 100% ihres Kapitals dann verloren, muss nicht sein, deswegen hier auch wirklich mit Stop-Loss agieren, geht die Fantasie nicht auf, hilft kein Hoffen mehr, dann wirklich auch rausgehen aus dieser Position und nicht warten, ob Gaudot irgendwann kommt. Gut. Der kam ja nie, oder? Ich habe das Stück nie gesehen, ich bin immer vorhin eingeschaltet. Das ist schade, wenn man eigentlich gar nicht mitkriegt, die Pointe, ne, kommt der nun oder kommt der nicht? Wer weiß, vielleicht auch in die Kommentare reinschreiben, wer jemals Gaudot hat kommen sehen. Ja, man hätte es ja kommen können. Beim nächsten Unternehmen, ASML, ist da Gaudot gekommen? Ja, also zumindest sind die Aktien sehr, sehr gut gelaufen in den vergangenen Monaten. Das hat damit zu tun, auch wir hatten öfters mal hier natürlich immer wieder Nachfragen und die sind, ASML ist so ein bisschen Profiteur natürlich von sowohl dem Superzyklus, den wir momentan in der Semiconductor-Industrie sehen. Das ist so ein bisschen auch wieder diese Goldgräber-Stimmung vergleichen. Es gibt viele Unternehmen, die halt in den Bereichen tätig sind, Chips herstellen, die brauchen aber dafür ähnlich wie halt viele Goldsucher, brauchen die Chippen, brauchen Schubkarren, brauchen also das ganze Equipment und ASML stellt genau das her. Das heißt, die haben eben wirklich diese grundlegenden Produkte, die Maschinen, alles, die sozusagen die Chips dann eben herstellen können. Die sind auch Partner von den großen Herstellern von Intel, Infineon, Samsung und so weiter. Also stellen wirklich tatsächlich für diese großen Chip-Konzerne die Ursprungsmaschinen sozusagen her und haben natürlich davon auch ganz stark profitiert. Auch gerade jetzt in der letzten Zeit war nämlich der Automotive-Sektor ein sehr, sehr großer Abnehmer, die eben sehr viele Chips eben abgenommen haben. Hier würde ich aber generell feuchtig sein, weil der Chip-Sektor insgesamt ist ein sehr stark zyklisches Geschäft. Das heißt, hier sind sowohl Nachfrage-Angebot-Zyklen drin als auch natürlich Innovationszyklen und die können sich manchmal ganz massiv überlagern. Das hat damit zu tun, dass natürlich jetzt momentan sehr starke Nachfrage aus dem Automotive-Sektor da ist. Die kann von der Angebotsseite ja nicht bedient werden. Wird die dann aber bedient, dann kommt das sehr häufig zu Überkapazitäten, weil natürlich dann alle sagen, oh, wir haben ganz hohe Nachfrage nach bestimmten Chips. Alle fangen an zu produzieren. Die Sättigung ist da. Die produzieren aber weiter, weil man ja logischerweise sich nicht abspricht, sondern denkt, okay, die bleibt weiter. Und dann hat man auf einmal mit einem Schlag eine sehr hohe Überkapazität und die drückt dann wiederum aufs Preisniveau. Und jetzt kommt der zweite wichtige Zyklus, Innovationszyklus. Das heißt, ein Unternehmen, was ich, AMD, kommt raus und sagt, hey, ihr arbeitet ja alle noch, ich sage jetzt mal, mit 2,4 Gigahertz. Wir haben aber einen Chip, der bringt schon 2,8. Dann sind nämlich mit einem Schlag alle die, die ja dann sozusagen noch auf Lager sind, quasi wertlos, weil ja sozusagen der Abnehmer jetzt die Wahl hat, nicht mehr auf einen 2,4 Gigahertz, also Gigahertz-Chip zurückzugreifen, sondern schon die neue Technologie einfach nehmen kann. Und dadurch kommt sozusagen nochmal ein neuer Schwung rein. Das heißt, man kann hier nicht so sagen, wie weiß ich hier, dieser Hersteller von den Bären, der produziert eben 1.000 Stück. Wenn er 900 verkauft, lässt er eben 100 auf Lagern. In 10 Jahren wird der vielleicht noch nachgefragt. Ich glaube, jetzt hast du so manchem Zuschauer die Illusion genommen, diese Dinger sind einzigartig. Sind sie es nicht? Das ist extra für uns angefertigt worden. Ja, das gibt auch nur 1.000 Stück. Es gibt auch nur aber einen Marktabgave. Und du hast 999 ja bei dir im Keller liegen. Ja, wenn mal einer kaputt gehen sollte, dann haben wir noch ein bisschen... Also, genau, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Wir hätten auch die Tasse nehmen können. Genau, also von daher, die kann man halt liegen lassen, theoretisch, wenn es denn so viele geben würde. Und kann dann sozusagen die auch noch Jahre später verkaufen. Das geht eben bei technologischen Sachen nicht. Und das sorgt immer dafür, dass sozusagen dieser Druck da natürlich hinterher ist. Und das aber steht ein oder andere Mal. Und ich denke, dass wir hier vielleicht so in den nächsten 6 bis 9 Monaten tatsächlich da so einen Peak sehen könnten. Also von daher, für die, die Aktien haben, ist jetzt überhaupt keine Panik angesagt, sondern einfach wirklich liegen lassen. Stop Loss. Ganz wichtig, Gewinne kümmern sich um sich selbst. Das heißt, einfach in der Position drinbleiben. Wie gesagt, Stop Loss hin absichern. Und dann sozusagen die Gewinne laufen lassen. Man weiß nicht, wo es in den nächsten 6 bis 9 Monaten noch hinsteigen kann. Aber ich würde jetzt hier auf dem Niveau eher vorsichtig sein mit Neueinpositionierungen. Weil eben einfach der Zykl schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten ist. Und von daher da durchaus mal auch ein Rückschlag passieren kann. Gut. Die nächsten beiden Titel klastere ich jetzt mal. Mein Prinzip stellen sie dasselbe her. Adidas und Under Armour. Genau. Wobei. Naja. So grob. Ne, ich stelle schon mal das Gleiche her. Also Sportkleidung auf jeden Fall. Wobei wir da momentan eine ganz interessante Ausgangssituation sehen. Adidas so ein bisschen als klassischer Prime, ja sozusagen Prime Brand. Natürlich ganz weit vorne neben Nike und Puma. Haben in den letzten Quartalen wiedererwartend gut auch Geld verdient. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, die sind stärker an dem analogen Handel. Also wirklich an den stationären Handel abhängig. Dass man also hier sehr viel durch Digitalisierung kompensieren kann. Da war ich selber überrascht. Haben sie aber sehr gut hingekriegt. Ich muss ich auch sagen, ist ähnlich wie bei Nike auch eher ein Prädikat. Also da kann man wirklich sagen, das Management hat hier sehr, sehr gut gearbeitet. Das Problem bei Adidas ist jetzt aber, dass die so ein bisschen in den Fokus von der chinesischen Regierung gekommen sind. Weil die nämlich aufgrund einer EU-Sanktion sind, sind die so ein bisschen in den Fokus von der chinesischen Regierung gerückt. Das heißt, die EU hat eben bestimmte Produkte aus China sanktioniert. Adidas, daraufhin hat die chinesische Regierung geantwortet so nach dem Motto, man will ja mal sehen, ob man zukünftig, ob die chinesischen Bürger dann noch Sportschuhe eben auch von europäischen Firmen kaufen. Da gibt es ja nicht allzu viele, die als große Brand eben bekannt sind. Und da hat man auch in Richtung Adidas natürlich geschielt. Und viele andere Textilunternehmen, H&M, sind auch noch unter Druck gekommen in dem Zuge. Und das ist momentan das Problem, weil Adidas einfach einen sehr, sehr wichtigen Absatzmarkt in China hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass da ein Mittelstand momentan am Entstehen ist, die natürlich auch sehr stark auf Markenbewusstsein aus sind. Und sozusagen dann natürlich auf die Produkte von Adidas zurückgreifen. Mir fehlt hier so ein bisschen momentan die weitere Wachstumsperspektive, weitere Wachstumsfantasie. Ich glaube, hier muss man auch ein bisschen feuchtig sein. Ich würde die aber momentan noch nicht ganz abschrammen. Ich würde aber hier tendenziell eher auch abwarten, bis man hier aus dieser Seitwärtskonsolidierung, die sich hier schon seit einiger Zeit einfach auch andeutet, rauskommt. Und das ist dann tatsächlich erst dann der Fall, wenn die sportlichen Großereignisse in ihrer eigentlichen Pracht auch wieder stattfinden können. Also aus meiner Sicht heraus macht es keinen Sinn, wenn es in die Olympiade per Videokonferenzsystem irgendwie übertragen wird. Das ist nicht dieses Look und Feel, wo man eben anfängt und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Trikot von einer bestimmten Mannschaft oder einem Sportler. Oder die Schuhe eben, weil das nicht diesen Beißreflex hat, sondern tatsächlich dann, wenn eben auch wieder die Fußball-WM oder Olympiade eben stattfindet. Wenn Leute da sind, man dieses ganze Feeling eben hat, dann werden auch solche Firmen wieder davon mehr profitieren. Also ich glaube, da fliegt tatsächlich eher der Deckel oder der Korken dann weg, wenn wir tatsächlich diese Restriktionen nicht mehr haben. Das könnte so Jahresende 2021 bzw. 2022 sein. Ich glaube, dass wir hier auch eher wieder so ein Hin- und Herlaufen sehen werden bei den Aktien von Adidas. Also wie es sich jetzt schon in den letzten vier, fünf Monaten angedeutet hat. Und ich sehe hier keine größeren Anlässe jetzt, dass es eben aus diesem Bereich rausbrechen kann. Eher diese politische Komponente als Risiko mit 35er KGV. Also Adidas ist traditionell immer schon sehr hoch bewertet gewesen. Das muss man sagen, weil die Wachstumszahlen und die Margen auch sehr hoch sind. Aber wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen der richtige Kicker. Gut, wie gesagt, haben sie gemacht die Digitalisierung. Das könnte zukünftig dann nochmal zusätzlich laufen. Aber wie gesagt, dann werden eben diese Großereignisse wieder stattfinden. Und dann werden sozusagen richtig auch zum Beispiel Bundesliga und diese ganzen Themen einfach wieder besser gespielt werden. Bei Under Armour sieht die Situation ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich das Problem, dass diese Aktien in den letzten Jahren sehr stark an Wert verloren haben, weil sie eben etliche Probleme hatten. Also auch teilweise, da war auch die Schuldensituation immer wieder Thema. Da sind eben auch viele Bilanzierungsfragen aufgeworfen worden. Also da gab es dann auch mal Untersuchungen von der SEC und so weiter. Da sind die Aktien also auch ein bisschen unter Druck gekommen. Was nachher dann natürlich auch ein schallend Rauch aufgegangen ist. Also da ist nicht wirklich viel hinter gewesen. Man hat dann, glaube ich, auch mal eine Strafe gezahlt. Also gerade was die Bilanzierung angeht. Aber es war jetzt nicht so, dass man wirklich von Betrug reden kann. Es war eher so eine Unstimmigkeit, nenne ich es jetzt mal, was auch durchaus passieren kann. Gerade bei Unternehmen, die zuvor sehr stark gewachsen sind. Da können wir auch mal einen Langfrist-Chart ziehen. Dann sieht man auch ganz gut, was ich damit meine. Die sind also wirklich hier fulminant von 2,30 Dollar auf über 50 Dollar innerhalb von 5, 6 Jahren gestiegen. Haben dann eben danach natürlich auch viel davon korrigiert. Da kommt es eben ganz klar darauf an. Ich glaube, dass wir hier wirklich tatsächlich eine Turnaround-Story bei Under Armour sehen können und werden. Aber auch hier ähnlicher Aspekt natürlich wie bei Adidas. Das heißt, große Ereignisse in Amerika natürlich noch wesentlich mehr. Die Themen zum Beispiel NBA, also Basketball, haben eben auch sehr viele Profis unter Vertrag bei Under Armour. Dass man eben American Football und alles, was damit zu tun hat, natürlich dann eben, dass diese Events wieder laufen. Dass eben genau diese Kundschaft dann die Produkte wieder nachfragt. Wenn das in der Form wieder stattfindet, dann denke ich, wird auch eine Under Armour weiter steigen können. Die haben bisher schon sehr gut performt, haben sich im Kurswert schon verdoppelt. Ich glaube, es kann tendenziell weitergehen. Aber auch hier für mich wirklich erst der Startschuss, dann, wenn wir dieses ganze Coronavirus-Thema einfach vorbei beendet haben. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Aktie. Nicht zur letzten Frage, aber zur letzten Aktie hier auf diesem Papier. E.ON. Genau. E.ON finde ich ganz entspannt und auch interessant, was da tatsächlich in den letzten Monaten so ein bisschen passiert ist. E.ON ist wirklich extrem lange seitwärts gelaufen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Aktien sind quasi vergessen worden. Und zwar durch das ganze ESG-Thema. Das Problem bei E.ON ist nämlich, dass die noch in großer Abhängigkeit durch Stromerzeugen mittels Atomkraftwerk haben. Und das führt einfach dazu, dass viele Investorengelder nicht in die Aktie reingegangen sind. Also man hat zwar schon geschaut, okay, in welche, wo kann man investieren, ist dann aber eher bei einer RWE hängen geblieben. Bei anderen Unternehmen, die eben stärker in dem Bereich der regenerativen Energien tätig sind und hat E.ON sozusagen beiseite liegen lassen. Für mich eigentlich zu Unrecht. Also das Unternehmen ist interessant. Wer jetzt ESG-Kriterien nicht verfolgt, ist bei dem Unternehmen sicherlich gut aufgehoben. Man hat diese ganzen Probleme eben aus diesem Atomkraftwerkrückbau oder beziehungsweise Ausstieg aus der Atomkernenergie gut überwunden. Und ich glaube, dass wenn hier sozusagen dieser Konsolidierungsboden, den man hier unten sieht, so zwischen 10 und 11 Euro, genau, wenn der mal verlassen wird, dann fliegen die Aktien wirklich richtig extrem, weil da wirklich ein extremes Nachholpotenzial ist. Die Bewertung ist ein Witz. Also aus meiner Sicht heraus, 5% Dividendenrendite bei 13,8 KGV, die Gewinnperspektive bzw. Gewinnwachstum ist vorhanden. Wir haben das Thema Immobility gehabt. Irgendwo muss der Strom herkommen. Der kann nicht nur momentan aus regenerativer Energie kommen, sondern der wird auch aus anderen Bereichen kommen. Das heißt, das ist für die einfach ein Wachstumsmarkt. Das muss man mal ganz klar so sehen. Und wie gesagt, wer nach ESG-Kriterien anlegt, der ist da falsch. Aber genau das ist eben auch momentan so ein bisschen die Chance, dass man natürlich, wenn man eben nicht diesen ganzen Trend hinterherläuft, sondern auch auf Unternehmen setzt. E.ON ist ein DAX-Kandit, also DAX-Wert, tatsächlich ein Indexmitglied. Und von daher durchaus für mich auch ein Investmentwert. Ich finde die Aktien auf dem aktuellen Niveau interessant, sowohl unter Value-Aspekten als auch unter den zukünftigen Aspekten durch Gewinnzuwächse. Also wenn die, wie gesagt, über 11 Euro steigen, dann denke ich, ist da tatsächlich auch wegfrei. Dann können die weiter bis 13, 14 Euro laufen. Und das ist ja nicht schlecht. Schöne Dividendenrendite plus gute Kursgewinne, was will man mehr? ESG hin oder her, Hauptsache Kohle. Und die kommt her. Ja, ja, gut. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage auf diesem Zettel. Und zwar eine allgemeine. Wie nimmt man eigentlich an einer IPO teil? Genau. Eine sehr schöne Frage. Ein IPO ist im Endeffekt ja nichts anderes als ein Initial Public Offering. Das bedeutet, ein Unternehmen hat sich entschieden, an die Börse gehen zu wollen, hat sich dann vorher in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Und diese Aktien werden über ein IPO-Verfahren meist, also wie beschreiben wir dieses Verfahren, an Investoren verteilt. Also da sagt dann eben eine Gesellschaft, okay, wir wollen einen bestimmten Prozentsatz, der soll zukünftig über die Börsen gehandelt werden können. Und dann werden diese Aktien sozusagen in den Verkauf tatsächlich gegeben. Investmentbanken nehmen dann diesen Bestand auf, also meist als Konsortium. Da tut sich dann, weiß ich, die Deutsche mit der Commerzbank und anderen Banken zusammen. Sagen, okay, wir haben jetzt hier 50 Millionen Aktien von einem Unternehmen und die können eben von unseren, von den Kunden dann gezeichnet werden, nennt sich das. Also in den Primärmarkt kommen die dann sozusagen, ist das dann, kommen die dann rein. Und dann können Kunden von den Häusern, also zum Beispiel die Commerzbank natürlich auch kommen direkt. Gehen dann, gehen wir in einen Zeichnungsauftrag, sagen, ich möchte so und so viele Aktien eben von diesem Unternehmen zeichnen. Dann wird das wie ein, wirklich wie so ein Buchhalter, nimmt das Unternehmen, die Commerzbank schreibt dann eben auf, so und so viele Kunden wollen eben so und so viele Aktien von diesem Unternehmen zeichnen. Das machen alle Banken aus dem Konsortium. Und dann wird eben geguckt, wir haben 50 Millionen Aktien, es werden aber zum Beispiel 100 Millionen gesucht. Und dann werden sozusagen, wird einfach entweder zugeteilt, das heißt nicht jeder kriegt eine halbe Aktie, sondern tatsächlich wird eben ausgelost. Also dass man eben sagt, okay, jeder bekommt dann eben jeder zweite eine bestimmte Trange oder jeder dritte eben, je nachdem wie viele Aktien da gezeichnet werden. Oder andersrum, wenn man eben 50 Millionen Aktien hat, 50 Millionen werden tatsächlich nachgefragt, dann versucht man eben pro Rata zu gucken, okay, ab einer bestimmten Größenordnung, also wenn jemand sehr, sehr viel zeichnet, bekommt der tatsächlich auch meistens mehr. Das hat nicht damit zu tun, da wo sozusagen nach dem Motto, wo schon viel Geld ist, kommt noch viel mehr Geld hin. Nein, es hat einfach damit zu tun, dass es meist Investoren sind, die einfach eine feste Rand haben, nennt man das. Das heißt, die nehmen die Aktien und behalten die einfach ein paar Jahre. Was nämlich Banken vermeiden wollen, sind sozusagen die Erstgewinnszeichnungsnehmer, die dann Aktien zeichnen und sofort wieder verkaufen. Da ist kein Interesse dran, sondern man will eben tatsächlich Investoren haben, die die Aktien kaufen, liegen lassen und tatsächlich ein bisschen Ruhe auch in dieses Unternehmen reinbringen und nicht das pure Zocken oder Tränen machen. Und so kommt das meist zustande, dass man eben bei größeren Branchen, also wenn jemand sehr, sehr viel Aktien zeichnet, den meisten eine sehr, sehr hohe Zuteilung gibt und eher bei den kleineren, also dann eher eine kleinere Zuteilung. Und so kann man sozusagen an seinem IPO teilnehmen. Das heißt, man bekommt dann zum Tag des ersten Preisnotierungstags, also wenn die Aktien zum ersten Mal auch im Zweitmarkt, also an der Börse dann gehandelt werden, primär im Sekundärmarkt, dann kriegt man eben eine Zeichnungszuteilung und dann sieht man meist schon, okay, man hat so und so viele Aktien dann bekommen. Und kann dann sozusagen diese Aktien theoretisch entweder nachkaufen, wenn man sagt, okay, das sind mir zu wenig, ich kaufe die in der Preise, okay. Oder man kann eben, wenn man eben sehr horrende, hohe Zeichnungsgewinne hat, dann dann sagen, okay, man nimmt die Zeichnungsgewinne mit und kann sich dann freuen. Also im Endeffekt, so ist das IPO-Verfahren insgesamt und so kann man am IPO teilnehmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Specs haben wir ja auch oft das hier gehabt. Da wird halt vorher ein Unternehmen, Special Purpose Acquisition Company, bereits an der Börse gelistet. Man kauft sich ein, die kaufen dann wiederum ein Unternehmen, das ist ja quasi auch wie am IPO-Teilnehmen. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, das mal über direkt zuteilen und das haben Unternehmen auch oftmals gemacht. Das heißt, ein Unternehmen sagt, hey, wir gehen an die Börse. Spotify hat das zum Beispiel so vollzogen. Ich glaube Palantir, ne Palantir weiß ich nicht, aber Spotify auf jeden Fall. Die verteilen dann selber. Also da wird dann gesagt, an dem Tag X, also was weiß ich, am 1.4. gehen wir an die Börse. Dann können die Kunden an diesem Tag tatsächlich über die Börse die Aktien von dem Unternehmen tatsächlich kaufen. Also die suchen sich natürlich eine Investmentbank und sagen, hier, pass auf, die und die Aktien wollen wir verkaufen. Und alle, die dann Interesse haben, die Aktien zu verkaufen, da tretet ihr als Verkäufer auf. Dann werden die Aktien tatsächlich über den Aktienmarkt abverkauft. So hat dem tatsächlich Spotify den Börsengang auch vollzogen. Da ist nur noch eine oder fast, der hat auch eine Investmentbank, also der Marketmaker da. Der verkauft dann immer die Aktien, je nachdem, wie sozusagen die Nachfrage ist. Und so wird dann sozusagen dieses IPO vollzogen. Da gibt es also, und dann gibt es noch ein paar andere Besonderheiten, aber eigentlich sind es so im Großen und Ganzen diese drei gängigsten IPO-Verfahren, die es momentan gibt. Kannst du denn noch für die Zuschauer das erklären, die an sowas noch nie teilgenommen haben, wie man als Kunde da direkt eigentlich an einer IPO teilnimmt? Genau. Wie ist der Klickweg? Genau. Der Klickweg wäre, man loggt sich ganz normal in das Konto ein, dann geht man bei Order-Abteilung, also gibt es ja sozusagen oben bei Depot, klickt man nochmal direkt drauf. Bei Order. Genau. Also man ist ja mal, genau, dann gibst du eben, wenn du in den Depot teil, also raus aus dem Konto anzeige, rein in die Depot-Anzeige sozusagen. Also man muss ein Depot haben, sonst funktioniert es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, du gehst sozusagen entweder direkt in dein Depot rein oder du gehst eben schon in deine Order-Maske oder in deine Order-Auswahlmöglichkeit und da gibt es direkt die Möglichkeit, Zeichnungen vorzunehmen. Und bei diesem Zeichnungsunterpunkt, da sind auch oftmals schon alle tatsächlichen Zeichnungskandidaten von uns auch angegeben. Also man muss dann wirklich nur gucken, kann ich dieses Unternehmen zeichnen oder nicht, das steht dann schon da drin, dann klicke ich da rauf und dann habe ich sofort die Zeichnungsmaske und kann eben eingeben, ja, ich möchte 100 oder was weiß ich, so x Aktien zu dem und dem Kurs kaufen. Also es ist eigentlich total einfach und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich über meine App meist, bestätige ich den Auftrag nochmal und dann ist dieser Zeichnungsauftrag tatsächlich drin und den kann ich auch, wenn ich dann sage, ah nee, ich möchte das doch nicht machen oder ich will das ändern, nochmal in meine Order-Aufgabe, in die Zeichnungsaufgabe geben und ich sehe dann den Auftrag da auch tatsächlich nochmal drin. Das ist also auch ganz interessant, muss ich sagen, hat Comdirect, also ja, ich bin da selber da nur Kunde, gut gelöst. Gut, vielleicht noch ein Nachtrag, wenn man im Informer ist, dann kann man natürlich auch dort auf Aktien gehen, dann IPOs und sieht dann dort bevorstehende Zeichen, also IPOs, wo aber Comdirect nicht unbedingt daran beteiligt ist, das heißt man kann da IPOs sehen, an denen man selber als Comdirect-Kunde vielleicht nicht teilnehmen kann, aber zumindest ist man hier darüber informiert. Genau, ich gucke jetzt gerade mal, ich muss hier sogar meine Postleitzahl und den Ort eingeben. Ja, das ist natürlich so ein Disclaimer, das Aktienrecht. Damit man auch gleich sieht, was du gerade Schönes ausgeführt hast, genau, da sieht man hier tatsächlich die schöne IPO-Liste und vor allen Dingen auch die IPOs der Vergangenheit, Autogroup zum Beispiel, Faschenett und Compleo, deine Lieblingsaktie. Ja, ich will davon jetzt gar nichts hören. Ja, in diesem Sinne, ihr werdet auch jetzt von uns nichts mehr hören, weil wir nämlich jetzt durch sind mit dem Klarschiff. Genau. Genau, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben ja ab nächster Woche, gibt es ja die Änderung. Genau, also Ostermontag sind wir nicht live, aber mit einem Special sind wir dann für, naja, für eine halbe Stunde, oder ich weiß nicht, ungefähr eine halbe Stunde sind wir dann. Schönes Thema, Osterthema halt, passt irgendwie. Zum Ostereier suchen. Mit einem kleinen, leicht zwinkernden Auge, aber trotzdem irgendwie ganz informativ, glaube ich. Ein sehr großes zwinkerndes Auge, glaube ich. Aber es sind ein paar Ostereier versteckt, die könnt ihr ja suchen. Genau. Genau, und ansonsten live sind wir wieder Mittwoch für euch da. Ja. Um 14 Uhr, nicht um 17 Uhr, 14 Uhr. Und das passt auch ganz gut, dadurch, dass wir Montag nicht da sind. Genau, Mittwoch dann die Live-Sendung um 14 Uhr. Philipp hat es schon gerade richtig gesagt. Und was danach nämlich kommt, ist, dann sind wir zweimal die Woche live da, Montags und Mittwochs, Montags 17 Uhr, alte Zeit sozusagen. Mittwochs dann die neue Zeit, 14 Uhr, weil ihr einfach so viele Fragen stellt, dass wir da einfach die Notwendigkeit sehen, nachlegen zu dürfen. Genau, ich bin gespannt, wie viele Leute später dann am Montag um 14 Uhr auf uns warten und dann wieder Mittwoch 17 Uhr. Nein, das ist andersrum. Montag 17 Uhr, Mittwoch 14 Uhr. Wir können auch überlegen, ob wir dann dienstags irgendwie um 11.30 Uhr und donnerstags nochmal um 17.29 Uhr. Das ist mir zu spät. Ich würde 17.23 Uhr besser finden, aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch ganz, ganz tolle Osterfeiertage im Kreise von Freunden, Bekannten und allen Menschen, die ihr so lieb habt und mit denen ihr auch zusammen sein dürft, wollt, könnt und müsst. Mit Maske und Abstand. Maske, Abstand, egal. Wenn man Osterer draußen sucht, dann kann man ja sogar mit Abstand suchen. Das geht. Vor allem ist ja gemein, du rennst dann einfach vor und hast ja um dich herum sozusagen gleich deine Suchfläche abgeschirmt sozusagen. Man kann dann gemeinsam noch Selbsttests machen, irgendwie im Kreise der Lieben. Sich gegenseitig die... Oh Gott. Egal, gut. Das Bild überlassen wir jetzt euch selbst. Genau, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Woche. Genau, guckt euch das Osterspecial an. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Viel Spaß und bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann.